Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge identity 5 bei uns hier auf dem kanal sofort und gleich so wir gucken jetzt mal wie es hier weitergeht ist jetzt teil 2 erster teil wird verlinkt oh mein gott alter sieht er übel aus so typen jetzt bin ich ein hunter diesmal okay jetzt bin ich der hunter das ist allerdings schon ein bisschen psychisch muss ich sagen ok muss ich jetzt mal gucken nolens we'll see that the rules don't apply to the hunter the hunter has hindered everyone since the beginning regardless of their actions But how was it that no one resisted the hunter? Was it because of the hunter's strength? Or has everyone simply yielded to the hunter's dominance? Does the hunter take pleasure in this game? Or to put it another way, is that the real purpose of this game? It is ironic that the emergence of the hunter has forced this group of people who had opposing interests in the beginning to work together. I need to find out more about the situation. The information on the hunter is key. I need to know what he wanted to do next. Technique. Patterns. Disposition. Traits. Everything. Hmm. 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 Das war's. Jetzt bin ich der Hunter. Ich muss die finden. Ja, da rennst du, hm? Scheiße. Entspunkt mir. Ich hab hier voll die Grafikboxen gerade. Alter. Wo ist der jetzt hin? Ich hab hier. Ich hab hier. Ich hab hier. Ich hab hier. Wo ist der jetzt hin? Alter, die Steuerung ist hier. Da hinten rennt einer. Ich hab hier. Ich komm nicht zu hören. Ich hab hier. Ich hab hier. Ich hab hier. Nein. Na komm, wo seid ihr schon? Nuggies. Ich komm mal euch zu holen. Ich hab hier. Verdammter Grafikfehler. Wo lang? Kann nicht sein. Wo bist du? Wo seid ihr? Oh mein Gott. Aber wie muss ich mich jetzt beeilen? Weil das nicht geht. Passiert hier gerade was? Das fällt mir ganz und gar nicht. Dich hab ich schon gesehen da hinten. Dich hab ich schon gesehen da hinten. Dich hab ich schon gesehen. Wiao? Wiao Wiao Dich hab es auf Antwort. Dich Dich Das ist aber nicht so gut wie das Lied, aber ich hab' ich auch. Was soll denn in den Rocketsherr haben? So, jetzt gibt mir noch einer. Ja. Ich hab' nichts zu holen. Ich hab' nichts zu holen. Ich hab' nichts zu holen. Wo haben wir denn noch einen Stuhl? Ich hab' nichts zu holen. 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 Dann schreibt doch mal was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Identity 5. Das Ding hier ist total crazy. Haut rein, macht's gut. Bis dann und tschüss.